Liebe Oberhäuser, liebe Reihäuser, mein Name ist Nastasia Di Mauro, ich bin 32 Jahre alt oder jung, je nachdem welcher Philosophie Sie entsprechen und aktuell Fachbereichsleitung für Bürgerservice und zentrale Dienste bei der Gemeinde Marxzell. Sie kennen diesen Beruf wahrscheinlich besser als Hauptamtsleitung und ich kandidiere zum Amt des Bürgermeisters hier in Oberhausen-Rheinhausen. Ich sollte Ihre Wahl sein aus genau drei Gründen. Grund Nummer eins, Sie brauchen einen neutralen Bürgermeister ohne Verpflichtungen und vor allem ohne Verflechtungen. Grund Nummer zwei, Sie brauchen einen Fachmenschen, eine Fachfrau durch und durch. Und Grund Nummer drei, vielleicht der wichtigste Grund, Sie brauchen einen Bürgermeister mit Leidenschaft und Liebe vor allen Dingen für den Beruf, aber auch für die Menschen vor Ort. Am Ende des Tages müssen Sie sich nur eine Frage stellen. Wer kann die Berufung Bürgermeister für Oberhausen-Rheinhausen am besten ausfüllen? Vielleicht bin es ja ich.